habe ich nicht einfach mal Marienkäfer auf meiner Lampe vorne. Junge, der braucht es wirklich extrem. Luxusprobleme meinerseits, wenn ich fahre, blendet die Folie von meiner Fahrradtasche. Und das ist schon nervig, der ballert gleich noch zweimal, naja, egal zu den schönen Sachen des Lebens, Gegenwind und unglaublich schöne Natur und natürlich die Straße, wunderbar. So langsam, glaube ich, gehörte die Straße zur Natur. Ganz viele Wildfahrzeuge. Ach guck mal, ein Transporter. Ich glaube, die sind gerade alle auf dem Weg zum Paarungsgebiet. Na ja, bei dem schönen Wetter, da muss man schon mal der Paarung nachgehen und sich vermehren. So, wie immer, es kommt eine Kreuzung. Ich muss gucken, wo ich lang muss. Bis dann. Nordheim, ich glaube, da muss ich sogar lang. Strathagen. Moin. Moin. Hi. Huch, Auto hinter mir. Auch ein schönes Zeichen ist, wenn man unterwegs ist, wenn man die Nummernschilder von den Autos sieht und sich dann so das zurechtbauen kann. Zum Beispiel EIN ist natürlich Einbeck. Aber wenn man den GÖ liest, dann weiß man, aha, Göttingen. Man kommt seinen Zielen dann näher. Oh, schön, Dorf. Schatten. Ist das nicht Ihr schönes Dorfleben? Ich filme viel zu viel. Ich muss mal wieder aufhören. Oder ich sollte mehr filmen. Ich sagte euch, ich brauche eine 360 Grad Kamera. Am besten mit Zeitrafferaufnahmen. Da hört ihr mich zwar nicht labern, aber ihr seht das, was ich sehe und sogar noch mehr. Weil nach hinten gucken mache ich nicht so oft, aber ihr dann. So, jetzt aber muss ich gucken. Bis dann.